ARD Text im Auftrag von Funk Wie ist der denn hin, Alter? Ich hab nichts mehr gesehen So ein paar Kisten Alter, fucking Huren so ein Kopf da, Anna Ah, ich hab das so lange sterben Wir gehen in die Höhle Ah jawohl, Alter, treff mal Höhle? Achso Ja, hier in andere Richtung Da kam erstmal die dicke Kopf da Überall, überall kommen hier Teile runter Voll gut So, jetzt aber auch Fuck, geht ganz gut runter, ja Ja, hier sind wir Jo, dann So, gut Ah, ich wollte das Leben haben Ich hab wen ja lege mir zu, Mongo Ja, und Lukas hat sich das gesnickt, oder? Nee Ich kann... Ah ja, wir werden doch jetzt mal runtergefahren Ah ja, das stimmt Da ist ne Zwerg-Kratte Was macht die denn hier, Alter? Was macht die denn hier, Alter? Oh, das ist die Schrotze! Ja, du, wo geht's noch mal? Ah, 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 ah Klieg am Sieg! Oh mein Gott, Alter Oh mein Gott, Alter Ah ja... Ah, das stimmt doch nicht zusammen Oh, die Zwerg-Kratte lebt Wie denn ein Kopter hinterher? Die macht doch voll Damage So, ich hab festgegangen, wenn irgendwas Ähm, Kopter? Manikins hier Alter, zwei Madness Ah, die greifen die Viecher hier an Kein Abhauen, Alter Oh mein Gott, wir sind auch wieder Thrasher Oh mein Gott Was? Ich hab so ein bisschen was getriggert Oh mein Gott, die sind ja auch überall die Viecher Oh mein Gott Oh mein Gott, du bist alle Ich kann aber einfach... Nein, Toki killt den Gegner, okay Also Oh, oh, hinter uns ist ein dicker respawned Na, nop Na, nop Weiterversuch Oh, äh, ne Äh, ich bin... Ich bin... Naja... Oh mein Gott, der schiebt mich weg 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 Ehh, easy Irgendwas hab ich da jetzt so getroffen Ähh, WTF ey Du stirbst nicht heute! Du stirbst jeden Tag! Also Das sind nur diese Huren, so ein Kopter, oder? Einer Einer hab ich kaputt gemacht Hier ist noch ein Zwächer irgendwo Ah, hier ist er auch nicht mehr Und da kommen drei neue Kopter Oh mein Gott, ist das nervig, Alter Oh mein Gott, ist das nervig, Alter Wow Der Kappt am Tiefdruck, oder was? Ja Oh, hallo Ach, crap Oh ja, hab ich noch kein... Boah, da... Hä? Ah da Hab dich lähm... Ähm... He he 100 junior Hbij Ein bisschen lower, Alter Hm.. Warum nicht? Was? Du hast mich wiederbelebt Bei mir bin ich schon gestorben?! Um gegessen, okay Das ist ein Wacken. Oh, oh, ich lege... Ach, du weisst du auch... Wo bist du? Ja. Voll der Heroin, ja. Ich hatte gar nichts zu tun gegeben, weil ich mit meiner weggeborsten Waffe dieses Helikopter gefällt hab. Das ist ein Abfahren, Leute! Ja, ist Spaß. Lass mal Richtung festziehen. Ah, ist richtig so was. Oh mein Gott, hier sind schon ein Trash, ne? Ja, die kann man töten. Einfach halt, bitte. Die kann man töten, RIP. Ja, töte doch jetzt einen. Ist doch voll easy. Wir definieren jetzt, Lukas und ich definieren jetzt hier die Flagge. Oh mein Gott, hier haben wir ganz viel Leben. Ich hab auch nicht mehr viel Leben. Wir leben ist relativ. Ich hab auch zwar nicht viel Leben, aber mein Schuss wäre mir sogar gerade wichtiger. Ich hab keine Munition mehr auf einer Waffe. Ich hab keine Munition mehr auf einer Waffe. Da kommt ein Kopter. Irgendwas? Oh mein Gott. Stöcher, Stöcher, Stöcher. Aua. Der hat einmal... Hallo gesagt. Der war es kaum. Ich retze dich mal, oder? Da ist noch einer? Alter, nicht zu viel, ich gehe mir auf. Sack. Geht ihr ein holen, kümmert euch drum. Haben wir jetzt wieder Kopter? Ja, ich glaube es kommen wir, oder? Ja, da oben kommen wir. Na, ich bin mit mein Schiff. Oho. Das ist aber mal so ein vieles Blumen, oder? Mit nem Leveler kriegt man wahrscheinlich nicht seine Muni wieder ganz aufgefüllt, oder? Nichts. Oh mein Gott, Alter. 60 Tausender Küb auf dem Kopter. Mhhh. Ja, das ist aber mal. Ich möchte ja nichts sagen, oder? Ich habe keinen Schuss. Na, das ist doch scheinste von uns da richtig gut die Dinger drücken Naja, und jetzt hab ich kein Schuss Ich hab noch auf meiner... Ich hab noch auf meiner... Ich hab nur noch auf meiner SMG Schüsse, das Problem ist es ist meine schlechteste Waffe Nein! Auswand, meine Hürmer! Einer dahinten, der muss doch jetzt down gehen Oh, ich hab keine Muni mehr und mein Raketenverfahren Oh nein, da sind schon wieder zwei Was ist das zum Kotzen? Da vorne sind fliegende Morader rausgesprungen Ja Die fliegenden Morader sind jetzt nicht für vieles Problem Wie hört sind wir denn schon? Was denn so? Was denn so? Du kannst gucken, wie die Leute zusammen sind Au, 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 hallo? Keine Ahnung, ob da die als ob der Dinger schießt Das kommt halt wirklich verhindern, oder? Was, die Siegerin, ich hab doch kein Dolmchen dann, Alter Ja Ja, der ist fast wieder down, ja Der ist genau gegen den Faden, was mir gefallen Nein, 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 nein Ja, also, die war eine Faktion, oder? Ich hab keine Faktion mehr Vielleicht hab keine Faktion mehr Also, das einzige war, womit ich die Kopter vielleicht nicht hätten Ah, scheiße, das Ding verschießt, kann er auch Ich hab keine Faktion mehr So Die Schlage ist gehst, würd ich sagen So, so gefehlt Müssen wir gleich noch den Generator irgendwie kaputt kriegen Oh, da kommt mir der Kopter Alter Piss euch doch mal Ja, klar Ich steh mich jetzt vor, dass... Du hast es geschafft, jetzt ständig Generator ein Oh, das... Das sag ich ja Aua Ah Okay Unter der Erde kannst du sie nicht zum Schreien bringen Das heißt, wir haben die Quäste 10 abgeschlossen, ne? Ich werd ja nix sagen, aber Leichter kommt schon keine Minuten, wenn man nichts tun Aber das ist ja eh das Zeichen Ja, wir sollten, ne? Wollt ihr mich hier noch mal? Ja, ja, ich hab keine mehr Wir sollten uns auf die Suche nach, äh Von einem Monition-Shop geben, ne? Ja Nichts mehr Kann doch jetzt noch ein bisschen mit einer ASG hier runter Die aber auch voll scheiße ist Ja, das kann auch... Ja, gerne Geht's da hinten irgendwo hoch? Ja, da sind wir das jetzt mal da hochgelaufen haben Ne, will ich auch so Da kommen mir Schüsse entgegen, was dann ist Das ist da hinten, das ist in diesem letzten Gebiet Ach der Map, das noch fehlt Oh, das ist so Ich hab's gesehen, dass du dauernd aus Ne? Ja, wo ist das? Explosionen des Lebens Okay Ich hab ihn einmal geleveln gerade Irgendwo steht da noch im Gegner Not quite sure wo, so... Ach, dahinter Aber der ballert auf irgendwas anderes Lass auch weiterlaufen Scheiße auch Oh, hier kommt das Riesengebiet mit den ganzen Motherfuckern Riesengebiet? Ja, da war ich der Oh, andersher Ist da ein Muni-Shop? Keine Ahnung Wir haben das Gebiet doch jetzt ganz aufgedeckt, oder? Ja, haben wir auch Ne, nicht ganz, in der Mitte fehlt noch was Diese Plattform fehlt noch Und auch das, das heißt Sie ist einzige Gell? Wir können doch jetzt einfach hier hochlaufen Lass einfach rechts was vorbei, genau Dann sind wir wieder am Anfang des Gebietes Und können uns erstmal der Muni-Shop Hast du da? Dann können wir uns die Quests nochmal angucken Weil, ähm, ohne Muni-Shop macht das alles wenig Sinn hier Das ist gut, wir könnten ja auch noch los Und dann die Dimension So Oh mein Gott Oh mein Gott Das ist gut Hehehe, da gibt's ja gut Da fehlt noch ein Schaden bei mir unterheckt Alter, oh mein Gott, jetzt mach der Schaden Er macht den ganzen, wenn wir damit steigern Ja Okay, cool Wir sind jetzt auch noch Copter, oder? Ja Ich nehm euch alle weg Ja, alles gut Wusste ich ja nicht so gut Oh, hier kommt noch ein Goliath Da kommt noch ein Shotgun-Zwerg, Achtung Oh mein Gott, Alter Verzieht halt da jetzt mal alle Wir wollen jetzt erstmal in Peace kaufen gehen hier Ich mein, wo sind wir denn jetzt gerade überhaupt? Hier 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 Na ja Na ja Na ja Ah, keine Muni Nein Halt ihn! Ich will ja nicht allein sein Hallo? 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 Oh, ein Rückkasten Ich kann mal Ich kann mal Äh Ja Ich laufe es nicht immer noch Ich kann mal Ich kann mal Ich bin mal Ich bin mal Ich bin mal Ja Sollen sie mal Erst einmal Ja ich hab hier irgendwas Wo ich mich gefunden habe Ich bin mal Wie ist denn das? Ist das denn Mod? Ist das denn Mod? Das ist Oh Kann man mal droppen lassen? Oder was? Was ist denn hier im Shop? Was ist denn im Shop? Was ist denn welchem? Neutralität niedriger Reise, nicht schnelle Keine, hier gibt's Manikets und Schilder Ah der ist aber nicht, der ist nicht im Orangen schon geklappt Naja, hab ich ja was ich gemeint hatte Ich hab das so verstanden, dass du einen Orangen schon geklappt Ja, ich hab anscheinend Ja, hab ich ihn gefunden Nimm Kai's Echos auf Da hat jeder von uns Ich würd sagen, wir gehen jetzt wieder den gleichen Weg Und diesmal gehen wir wieder in die Höhle rein, oder? Ich hab keine Feuerwaffe bekommen, ich hab ne Assassin-Skin-Anpassung Die ich schon habe, wie das denn? Gott Ähm Sind wir Kai's Echos oder was? Sind wir natürlich jetzt eben mal Grandios dran vorbeigelaufen, oder? Ja, Kai's Echos Ja, aber die Echos sind Sind Bonus, ne? Das sind nicht die Ja, das soll die doch machen, oder? Wo ist denn, was ist denn was? Wo ist denn, was ist denn was? Ähhhhh Da ist der Künstler Boah Oh, 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 hier in der Gegner Was ist da los bei mir? Plus auf, kann man Oh mir schon, Alter, stopp jetzt Was? Das ist was für ein Feuerrad, ey. Das ist gleich cool oder was? Das hat irgendwie so geübt in den Tag, mein Redschirm. Warte, die Ecke! Warte, mal ein bisschen aimen, Boy. Das heißt, wir jumpen jetzt sogar hier runter oder was? Ja, ja klar. Ja.